Muss man als Model eigentlich eine große Reichweite mitbringen, um auf solche Events eingeladen zu werden? Pauschal kann man dazu sagen, nein. Ich bin sehr oft auch auf Events unterwegs, wo nicht nur Leute mit einer großen Reichweite sind und ich unterhalte mich auch immer mit den Brands. Und besonders zuletzt wurde mir vermehrt mitgeteilt, dass die Reichweite nicht der ausschlaggebende Faktor ist, wen sie einladen oder nicht. Viel wichtiger ist es ihnen hingegen bei solchen Events, dass das Model, was sie einladen, zum Brandfit passt, auf dem Social Media Account auch zielgruppenspannende Themen anspricht, dafür ist aber keine große Reichweite notwendig. Und die meisten Marken haben mir auch mitgeteilt, dass sie extrem auf das Image der jeweiligen Person achten. Zusammengefasst kann man also sagen, wenn du Model bist und auf solche Events eingeladen werden möchtest, ist es viel wichtiger, wie du dich online repräsentierst. Und selbstverständlich musst du auch schauen, dass du auf dich aufmerksam machst und Kontakt zu den Marken herstellst. Ich liebe solche Events und bin jedes Mal dankbar, dass ich von so tollen Marken wie L'Oreal Paris eingeladen werde.